Riechtst du nach Shit? Vor nach Amsterdam, da kannst du rauchen, so viel du willst, aber nicht in Österreich, schon gar nicht in meinem Haus. Ja, ich verspreche's. Ich bin Politiker. Und eine Drogenaffäre in der eigenen Familie, das kann deutlich für mich sein. Emmi hier. Ich hab dich gleich erkannt. Ich rufe dich an, weil ich Vertrauen zu dir habe. Glaubst du, du könntest für ein paar Tage herkommen, ohne dass du es jemandem sagst? Natürlich. Dann komm so schnell wie möglich hierher. Was machst du überhaupt in Amerika? Ich werde reich und berühmt. Was ist es eigentlich genau, was du da vermarkten willst? Ein Vatervernichtungsspiel. Es ist von der Idee her auf meinen Vater zugeschnitten. Es geht dabei um den gepflegten, fantasievollen Mord an eine Einzelperson, die man hasst. Dann kam der Morgen des 22. Juni 1941 und mit ihm die Deutschen. Warum bin ich hier? In dem Haus lebt jemand, von dem niemand weiß, dass er noch lebt. Und diejenigen, die vermuten, dass er noch lebt, wissen nicht, wo er lebt. Wie bitte? Mein Großvater. Und warum muss er sich verstecken? Weil er gesucht wird. Und jemand brüllte sofort aufmachen. Wollen wir verheißen? Fragte er. Das können wir beschleunigen. Los, ab mit ihm. Ich möchte dir meinen Freund vorstellen. Er kommt aus Österreich. Und er wird dir eine Wohnung bauen. Da grinste er mir ja und spuckte aus. Dann schlug er meinem Vater den Gewehrkolben in den Rücken. Mein Vater erholt sich mühsam und sagte, ich möchte mir noch etwas anziehen. Sagte Alges, du brauchst nichts mehr. Kann man gar nicht vorstellen, wie man sowas herstellt. Das hat er toll gemacht. Ganz kapattbar, ne?